Herzlich Willkommen bei Ravidevore Trouvé. Er ist und bleibt der starke Mann im Kreml. Wladimir Putin zum Vierten. Nachdem er die Wahl im März mit fast 77 Prozent der Stimmen gewonnen hat, wurde jetzt erneut als Staatspräsident vereidigt. Emmanuel Macron zum Ersten. Wir analysieren den Polizstil des französischen Staatspräsidenten genau ein Jahr nach seinem Wahlsieg. Und Klausurtagung in dünner Luft. Auf der Zugspitze wollen CDU, CSU und SPD sich in Teambuilding üben. Und das trotz der Polemik um Dobrindts Kritik an der Abschiebepraxis. Wladimir Putin wird weitere sechs Jahre das größte Land der Welt anführen. Der 65-Jährige ist bereits seit dem Jahr 2000 als Staats- oder Regierungschef an der Macht und hat auch gleich Dimitri Medvedev erneut als Regierungschef nominiert. Es bleibt also alles beim alten Beate Fischer. In Italien hat Staatspräsident Sergio Mattarella soeben mit großen Machtverschiebungen hatte im Libanon eigentlich niemand gerechnet. Dort, wo gestern zum ersten Mal seit neun Jahren wieder Parlamentswahlen stattfanden. Aber das vorläufige Ergebnis bringt nun doch eine Überraschung. Die pro-saudi-arabische Bewegung von Ministerpräsident Sahad Hariri verliert ein Drittel ihrer Sitze. Regierungschef wird er voraussichtlich dennoch bleiben, denn laut Verfassung kann dieses Amt nur ein Sunnit innehaben. Stärkste Kraft des Landes wird erneut die vom Iran unterstützte schiitische Hezbollah, die einen deutlichen Sieg erringt. Mehr dazu mit David Arnold. Der Tarifkonflikt bei Air France KLM geht weiter. Wegen dieses 14. Streiktages seit Ende Februar wurden heute... Gestreikt wird auch weiter bei der französischen Bahn der SNCF. Die Optimisten hatten ja gehofft, dass das erste persönliche Treffen zwischen Gewerkschaftsvertretern und Premierminister Edouard Philipp am heutigen Vormittag die Lage entspannen würde. Warum die Fronten in Fragen der Bahnreform jedoch weiter verhärtet sind, das erklärt Ihnen Cécile Manier. Tja, und wenn man sich die Fülle der französischen Reformprojekte anschaut, kann man kaum glauben, dass Emmanuel Macron erst vor genau einem Jahr zum Staatspräsidenten gewählt wurde. Der Umbau der SNCF ist nur eine von 14 Reformen, die der junge Präsident seit dem letzten Mai auf den Weg gebracht hat. Eine Analyse dieser politischen Sturm- und Drangzeit mit Fanny Lupine. Macrons Pläne für eine Reform der Europäischen Union stoßen in Berlin ja bisher auf ein eher durchwachsenes Echo. Aber in der Frage des Atomdeals mit dem Iran sprechen Frankreich und Deutschland dieselbe Sprache. Nicht außen, sondern innenpolitische Themen dominieren die zweitägige Klausurtagung der Regierungskoalition auf der Zugspitze. Allen voran die Frage des Umgangs mit Migranten. CSU-Hartliner Alexander Dobrindt hat im Vorfeld mit seiner Äußerung über eine angebliche Anti-Abschiebe-Industrie heftige Kritik ausgelöst. Wie auf 2900 Metern Höhe die Wogen geglättet werden sollen, dazu Thomas Simmon. Tja, und nicht nur in Deutschland sorgt der Umgang mit Geflüchteten für Diskussion. So regt sich in Großbritannien gerade Widerstand gegen die dortigen Ankerzentren. Das britische Königreich ist das einzige Land der EU, in dem es keine zeitliche Befristung für die Unterbringung von Migranten in diesen Zentren gibt. Asylbewerber verbringen hier oft Monate, manchmal gar Jahre, ohne dass ihr Antrag geprüft wird. Ein von der Regierung in Auftrag gegebender Bericht spricht von einer exzessiv langen Unterbringung und das unter Bedingungen, die einem Gefängnisaufenthalt gleichen. Unsere Reporterin Mathilde Bonacieux konnte in London mit Betroffenen sprechen. Zur Kultur. Es sind zwar noch zwei Monate, bis das größte Theaterfestival Europas in Avignon beginnt, aber wir dürfen schon heute einmal hinter die Kulissen schauen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn schon jetzt wird das Bühnenbild für das Eröffnungsstück gebaut. Szenekas antiken Drama Thiestes, ein wahrer Reigen von Ehebruch, Rache und Mord. Aufgeführt wird es auf der großen Freiluftbühne im Papstpalast von Avignon und dementsprechend monumental ist auch das Bühnenbild. Unsere Reporterin Frédérique Contu durfte dabei zusehen, wie es entsteht, und zwar in den Ateliers Le Grand Tee in Nantes. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Reh, und zwar mit Omas gegen Rechts. Unsere Reportageserie beleuchtet ein neues Phänomen in Österreich, wo sich erstmals gezielt Frauen über 50 als Widerstand gegen die rechtsnationale Regierung formieren. Ich wünsche viel Vergnügen und bis morgen. Merci. Und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020